Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wie wären das? Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund. Das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nichts für ungut. Aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos umsichtbarer. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie Ihnen, wovon ich rede. Nehmen Sie die Waffe vom Tisch und feuern Sie auf die Ziele hinter Ihnen. Umdrehen und auf die Ziele feuern. Wir sehen? Deine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Erst drucken. Dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Der ist nicht dabei. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch Sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Allen, nehmen Sie die Splittergranaten vom Tisch. Mit einer Granate kann man die Ziele ausschalten. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Gut. Danke für die Hilfe, Private Allen. Jetzt drüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie Sie den Kurs bestehen. Also dann, wer wird zuerst? Wir sehen, was Sie so gelernt haben. Hey Private, willkommen in der Grube. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Nehmen Sie sich eine Pistole. Gut, jetzt zum Gewehr wechseln. Gut, jetzt wieder die Pistole nehmen. Wir sehen, wie schnell das ging. Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Prima-Donner-Trip. Wenn das was für Sie ist. Okay, gehen Sie rein. Die Zeit beginnt mit dem ersten Ziel. Wir sehen, wie schnell die Pistole. Los! 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 Wir haben noch Zivilisten. Bereit die Pistole. Auf der ingebäude. Kürzen Sie mit dem Fässer. Los! Los! Bereiche sichern, unterstrecken. Leiter Bereich, Befehlung. Zum Ausgang, die Uhr zählt. Gut, Mann, sehr gut. Sie haben's drauf. Rauf zu Ihrem Team oder gehen Sie wieder rein und wiederholen Sie den Kurs. Gut, gehen Sie nach oben und treffen Sie die anderen. Alle Hande zu den Fahrzeugen. Wir rücken ab.